Auch geboren am 24. April vom Quality Time, Pablo Landade. Züchter und Besitzer, Isabelle und Haben Klöber, hier aus Verdossen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir sehen hier ein Stutfohlen, am 24. April gewohnt, vom Quality Time, Pablo Landade. Sehr interessant angepaart. Ein schönes Fohlen. Ein Fohlen mit vielleicht einem kleinen bisschen Stirn im Gesicht, aber mit sehr viel Halsung, bedeutender Halsung. Schönem Rechteckformat. Auch mit korrekten Fundamenten, vielleicht die Zähne vorne ein bisschen, ein bisschen tatsig. Aber ein Fohlen, was sich sehr gut hier in Zähne setzt, mit sehr guten Bewegungen, ein richtiges Sportfohlen. Vielen Dank für diese Vorstellung.